Egal wie dramatisch die Situation in der Welt sein mag, die Börse geht immer wieder ihren eigenen Weg und der lautet bei den Indizes aktuell aufwärts und geht eben nach oben. Tatsächlich ist es etwas, was viele erschreckt, viele verwundert, wie kann die Börse dann hier nach oben gehen, aber man sagt so gerne, politische Börsen haben kurze Beine und dementsprechend drehen sie dann auch sehr gerne und schnell wieder nach oben. Der DAX aktuell tapfer auf dem Weg nach oben, ihr seht das hier, dass wir recht erholt sind und wir sehen es fast eindrucksvoller noch in Amerika, wenn wir uns das Ganze mal angucken, hier der Dow Jones beispielsweise zügig nach oben, der S&P zügig nach oben und jetzt auch die Nasdaq natürlich weiterhin zügig nach oben und man hat so ein bisschen den Eindruck, na wenn das keine Impulsivbewegung ist, gucken wir mal hier im 4-Stunden-Chart, was dann. Es ist also das klassische Bild, Schub, also direkt dynamisch nach oben, jetzt als nächstes wackelig nach unten, das wäre das Thema, was ich eigentlich sehr gerne sehen würde, denn das würde bestätigen, dass die Aufwärtsrichtung in allen Fällen erstmal die nachhaltigere ist. Also ein klassisches Bild, die starke Bewegungsrichtung, die Schubbewegungsrichtung, die geht nach oben, ihr seht das hier im Kleinen immer wieder mal, das ist wackeliger, hier ist eine ABC, hier ist es entsprechend wackeliger und immer wieder die Fortsetzung, auch im noch kleineren Bild habt ihr das hier unter Umständen drin. Aber insgesamt diese Bewegung sehr zugmäßig in die eine Richtung, wir sehen das hier im Stunden- oder 4-Stunden-Chart beispielsweise. So, was brauchen wir jetzt, um nochmal aktiv zu werden? Früher oder später wird der Markt mit einer Korrektur ankommen, das ist ein Klassiker und der Korrekturbereich sieht klassischerweise nach einer ABC oder alternativ irgendwie wackelig aus. Das klingt nicht so professionell, ist aber genau das, was es ist, wenn es wackelt, dann ist es ein Zeichen, dass es nicht die starke Richtung ist, sondern eher so ein hin und her abwarten, mal gucken, schon ein bisschen schwach, aber eben nur sehr dezent das Ganze. Und dann haben wir die beste Voraussetzung, dass, wenn diese Phase zu Ende ist, dann nochmal in die Trendrichtung zu gehen. Wann ist diese Phase zu Ende? Ein Indiz, wohlgemerkt, nur ein Indiz, kein Beweis ist. Ein Indiz ist, wenn das Zwischenhoch das letzte durchstoßen ist und wenn es aber nicht mehrmals wackelt, dann ist es vielleicht so eine ABC, aber dann hat man ebenfalls dieses Zwischenhoch hier als ein mögliches Indiz, ja, dass diese Systematik, fallende Hochs, fallende Tiefs, nicht mehr gilt und wenn diese Systematik nicht mehr gilt, ist das ja wirklich als eine Idee für fertig und dementsprechend für eine Fortsetzung nach oben. Wenn dieser Rücksetzer hinreichend groß ist, das kann man ein bisschen abschätzen, zum Beispiel mit Fibonacci, also vom tiefsten zum höchsten Punkt, aktuell wäre das der. Ja, und dann haben wir ungefähr den Bereich 38,20, ich mach das mal ein bisschen größer, damit ihr das besser sehen könnt, also, dann haben wir hier einen Bereich, der ungefähr beim Future, Nasdaq Future jetzt hier gesehen, 13.700 ist, bis eventuell auch noch in die 440er, 13.440er rein, also, wenn dieser Rücksetzer ungefähr dieser Größe entspricht, dann ist das eine hinreichende, eine typische Korrektur für diesen Anstieg und wir haben die Erwartungshaltung, dass sich zumindest das nach dem Bruch dieser Marke da oben nochmal fortsetzt, also, dann können wir daraus die Ziele in etwa dann ausfindig machen. Deshalb ist es wichtig zu warten, dass er nochmal wackelig runterkommt, ja, aber was ist, wenn er jetzt nur so wackelig runterkommt? Auch das ist ein Zeichen für Bullish, da der dann aber zu klein ist, dürfen wir dann nicht sagen, das, was hier passiert, passiert hier, nee, 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 vorsichtig, das wäre zu lang, Das ist nur, wenn wir hier in unser klassisches Korrekturniveau um die 38, wenn es nicht genau jetzt die 38er Marke ist, wenn es vielleicht ein bisschen höher ist, vielleicht 13.750, auch okay. Natürlich, wenn der Kurs vorher noch weiter klettert, dann müsst ihr natürlich von hier nach da oben messen und alle Fibomarken rutschen dann ein klein bisschen weiter nach oben. Die Logik bleibt aber grundsätzlich die gleiche. Habt ihr einen vollwertigen Rücksetzer, das ist die erste Welle, dann ist nach der zweiten, dieser Korrekturwelle, sehr realistisch die dritte Welle relevant und die ist genauso groß, nicht immer, aber vorzüglich, meistens, häufig oder sogar vielleicht länger. Ja, es gibt ja die Situation, dass es nur eine ABC ist und dann doch weiter runterfällt oder aber, dass es sogar einen Fünffäller gibt, dann geht es ja sogar noch höher, aber das soll dann Luxusproblem sein, wenn wir dann long sind, finden wir noch weiter entfernt ja gar nicht so schlimm. Das Interessante ist, dass diese Logik aktuell offensichtlich bei allen Indizes zutreffend scheint, also auch hier jetzt, wenn wir diese Bewegung uns mal angucken, dann hat man so halbwegs den Eindruck, dass wir hier in der Aufwärtsbewegung ziemlich deutlich unterwegs sind. Wir sehen, dass die Rücksetzer hier, zumindest mal die auffällig großen, auch wieder korrektiv, korrektiv, hier haben wir irgendwie was noch kleinere innen drin beispielsweise, aber dass diese Rücksetzer überlappungsfrei sind im Wesentlichen, klare Zugrichtung hoch, wackelig nach unten, naja, ich denke, ihr habt das grundsätzliche Prinzip dieser Idee, dass ihr das nachvollziehen könnt. So, ist das denn jetzt dann gesichert? Nein, ich weiß, viele ärgern sich immer regelmäßig und sagen, es ist doch, wir wissen doch, wenn dann wieder irgendwo eine Nachricht kommt und Panzer einrollen oder weggehen oder sonst irgendwas, das bewegt den Markt, das ist natürlich völlig richtig, der Markt wird nicht bewegt durch diese Chart-Technik, die Chart-Technik zeigt ja nur das, wie die Leute darauf reagieren, aber man kann an der Reaktion der Leute sehen, ob diese Zitrone sauer ist oder ob es ein süßes Bonbon ist, das sieht man an den Gesichtern der Lutschenden, beziehungsweise an den Kursverläufen der Marktteilnehmer und insofern ist das ein Indiz, wie wir damit umgehen. Eine Idee, die mir hier zum Beispiel beim Dow Jones gerade aktuell einfällt, wir hatten hier die letzte größere Korrektur, ebenfalls korrektiv und hier sieht es so halbwegs fünffällig aus. Ich könnte mir vorstellen, dass wir so langsam, aber sicher hier oben gegen Ende sind, dass wir hier erstmal eine Pause brauchen und tatsächlich als nächstes das hier ansteht. Ich habe es jetzt bei mehreren Beispielen gebracht, ich mache es nochmal einmal in groß, damit ihr das Ganze vielleicht noch besser erkennen könnt, auch auf mobilen Geräten. Also wenn ihr sagt, Mensch hier, das ist die Aufwärtsbewegung, das ist so halbwegs so die letzte Bewegung, die wir hier haben. Es ist nicht gesagt, dass das passiert, aber denkt dran, nehmen wir mal an, wir unterstellen mal, die Bewegung ist jetzt tatsächlich auf dieses Ding hier bezogen, dann hätten wir ein Rücksetzerniveau in diese Kiste rein. Viele betrachten auch dieses Tief nochmal als relevant, das ist sehr häufig so ein Rücksetzerbereich, aber generell gesprochen in diese Zone und das sollte wackelig auf keinen Fall, also was ich jetzt total unangenehm fände, wäre eine starke Abwärtsbewegung. Ja, nur dann kaufe ich halt nicht. Wenn er dann aber sogar wackelig nach oben kommt, dann kann er auch wieder verkaufen, denn die starke Bewegung war abwärts, das ist das. Wann passiert das? Ja, stellt euch vor, da kommt jetzt irgendwie eine ganz blöde Nachricht und wir sind davon überzeugt, oder die Marktteilnehmer sind davon überzeugt, das wird nichts mehr, das wird ganz hässlich. Dann wird der Markt sich so verhalten. Ich weiß nicht, welches dieser beiden Verhaltensmuster kommt, aber ich kann mich an dem Verhaltensmuster orientieren und sagen, ja, dann weiß ich ja, was ich machen soll. Das heißt, beide Szenarien kann ich mir vorstellen, aber schönerweise kann ich halt auch beide handeln. Und das ist das, was uns Charttechniker ausmacht, dass wir am Bewegungsverlauf ein Verhaltensmuster sehen, an dem wir unsere Trading-Ideen anlehnen können. Vielleicht für die kürzerfristigen als nächstes sogar nochmal diese Geschichte. Und hier wird dann entschieden, ob wir wieder steil hochgehen, ob wir diese Marke durchstoßen, vielleicht sogar wackelig runter und dann entsprechend die Aufwärtsseite genauso handeln, wie wir das halt immer machen. Das ist eigentlich ein relativ klares Verhaltensmuster, was man hier nutzen kann. So, ich hoffe, dass euch das ein bisschen hilft für eure eigenen Trading-Entscheidungen. Euch jetzt erstmal alles Gute, liebe Grüße und bis bald!